so lieber gerald herzlich willkommen ich freue mich sehr das gespräch mit dir führen zu dürfen und zwar gerne mit der frage wie kommen wir in unsere kraft weil ich für diese frage gehe und diese frage auch gerne aus ganz unterschiedlichen blickwinkeln mit unterschiedlichen menschen beleuchten möchte und das aus deiner sichtweise der neurobiologie und aus deinen tätigkeiten als hirnforscher und mit welchen initiativen und potenzialentwicklung unterwegs bist mir das ein sehr spannendes feld erscheint mit dir diese frage zu erörtern und zu ergründen und dem nachzugehen wie wir in unsere kraft kommen ist ja so dass ich erst mal sehr froh bin dass wir mal gelegenheit haben so ein gespräch zu führen weil wir kennen uns ja schon einige zeit und und wir haben jetzt eine zeit in der es unglaublich viele menschen gibt die es dringend nötig hätten in ihre eigene kraft zurückzufinden weil es solche gesellschaftlichen veränderungsprozesse gibt die da auf uns zukommen dass wir uns nur wünschen können dass möglichst viele menschen bei sich bleiben können und nicht wie die aufgescheuchten hühner umher rennen weil sie dann auch gerne immer denen hinterher rennen die dann meinen sie wüssten wie es geht oder ihnen erklären was sie zu tun und zu lassen haben und jemand der in seiner kraft ist der der kann selbst entscheiden was richtig ist und was falsch ist und die frage wie wie man sozusagen in seine kraft findet ist hat hat sehr viel damit zu tun dass wir ja eigentlich auf die welt kommen und schon in unserer kraft sind und dass wir da unterwegs erfahrungen machen und zum teil auch lösungen finden für die probleme mit denen wir da konfrontiert sind die dann so fest im hirn verankert werden dass wir dann häufig aus diesen einmal gefundenen problem lösungs mustern nicht mehr herausfinden und da kannst du dir vorstellen das ist als ob man so beim autofahren auf einer autobahn gerät und dann kommst du oftmals und das ist dann besonders gefährlich sehr erfolgreich sehr weit voran aber du bist nicht wirklich in deiner kraft weil du die ganzen nebenstrecken und die seitenstraßen und die abfahrten verpennst weil du immer irgendwo hin willst und jemand der in seiner kraft ist der kann selbst entscheiden wie schnell erfährt und wo er runter fährt und wo er sich noch mal was anderes anschaut und damit ahnst du schon was das bedeutet herntechnisch bedeutet das dass du offen bist für das was diese welt an reichtum bietet und dass du da eigentlich nie richtig satt werden kannst mit all deiner entdeckerfreude und einer gestaltungs lust die du ja eigentlich mal mit auf die welt gebracht hast so und wenn man jetzt fragt gutes ist uns allen ein bisschen so gegangen wir sind ja alle durch ein elternhaus gegangen wir haben alle die schule absolviert und haben uns anpassen müssen an die erfordernisse manche sind dabei im hamsterrad gelandet manche glauben sie seien furchtbar erfolgreich unterwegs und erst dann wenn sie dann ihren herzinfarkt kriegen oder ihren burnout merken sie dass das doch nicht ganz so das richtige war und deshalb ist das eine frage mit der jeder mensch irgendwann konfrontiert wird und die heißt ist das leben was ich dafür überhaupt das leben was ich führen möchte das ist eine spannende frage und wenn du die wirklich beantworten kannst dass du wirklich sagen kannst ja das ist das was ich wollte dann bist du in deiner kraft so und jetzt kommen ein bisschen darüber nachdenken wie das geht wie man jemand wird der nicht versucht das leben zu bewältigen sondern der in diese spielerische leichtigkeit findet das leben so anzunehmen wie es ist und dann immer irgendwie was positives daraus machen kann ja das klingt auch sehr viel nach einer nach einer inneren haltung und der bereitschaft sich selbst reflektiert fragen zu stellen und sich selbst auch reflektiert zu beobachten um das was uns ja entgegenschlägt von den anderen und von dem was sie da tun und wie sie sich verhalten das ist ja sehr vordergründig da denkt man ja das ist der andere mensch aber das ist ja nur ausdruck einer bestimmten haltung einer inneren überzeugung zu der sie gelangt sind und die ihnen bisher geholfen hat im leben sich einigermaßen durchzusetzen und nicht unterzugehen und diese haltungen die erwirbt man aufgrund der erfahrungen die man unterwegs macht bei der bewältigung alter vielen unterschiedlichen probleme die man da so hat und das kann passieren dass man schon in der kindheit eine bestimmte erfahrung immer wieder machen muss oder machen ja machen muss und und dass man dafür dann eine lösung findet also nehmen wir so ein einfaches beispiel damit es konkret wird ich könnte sein dass ich bei einer mutter aufgewachsen bin die also sehr ordnungsliebend war und die mir immer signalisiert hat dass ich erst dann richtig von ihr geliebt werde wenn ich auch immer schön mein zimmer aufräume da habe ich nicht so viele möglichkeiten also wenn ich hänge ja an dieser mutter und ich möchte auch von der gesehen werden und schon bemühe ich mich so zu werden wie die das möchte und das ergebnis kann dann so eine autobahn sein die in meinem hirn entsteht und mit der ich den rest des lebens rumlaufe und die zwingt mich dann ständig immer alles aufzuräumen so dann habe ich da so einen schreibtisch wo alles gut sortiert ist und sobald irgend einer kommt und was durcheinander bringt kriege ich einen tuch suchts anfall und da bin ich natürlich nicht in meiner kraft sondern ich bin ein opfer der in meinem hirn entstandenen lösung und der daraus erwachsenen inneren einstellung und haltung und das kann man jetzt auf ganz viele bereiche übertragen also es gibt auch welche die auf die idee kommen sie müssten weil sie nicht richtig das gefühl haben so geliebt zu werden wie sie sind sie müssten sich immer bemerkbar machen damit sie endlich gesehen werden und dann sind das solche die immer zu versuchen aufmerksamkeit zu bekommen die immer das erste wort führen und die immer irgendwie versuchen anderen zu sagen wo schlank geht das ist furchtbar unangenehm die selber merken das nicht aber davon gibt es sehr sehr viele und das war dann eben deren strategie und mit diesem problem umzugehen und die lösung ist dann auch wieder fest im hirn verankert und das ist ziemlich schwer so etwas was man sich selbst ins hirn gebaut hat als lösung dann später wieder aufzugeben weil man ja die ganze zeit damit irgendwie zurecht gekommen ist und deshalb ist es dann auch so schwer so einmal gewonnene überzeugungen und angeeignete innere haltung auch zum teil solche bestimmten vorstellungen die man hat wie es zu sein hat wieder aufzulösen im hirn vielen gelingt das leider nicht sondern die müssen dann irgendwo an einen punkt kommen wo sie auf meist eine katastrophale art und weise scheitern dann kann es passieren dass sie im scheitern wieder kontakt finden und in kontakt kommen mit diesen inneren anteilen die sie da verdrängt und unterdrückt haben also eigentlich ist das ihre ganze lebendigkeit ihre sinnlichkeit ihre erotik ihr körpergefühl ihre entdeckerfreude ihre gestaltungslust das ist ja alles beim versuch in dieser welt einigermaßen gut zu funktionieren unterdrückt worden und wenn man da wieder kontakt bekommt in so einer schweren krise situation und merkt da gibt es noch was in mir was lebendig ist dann kann das bisweilen für manche menschen so 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 bezaubernd und attraktiv sein dass sie sagen okay schluss schluss ich hänge das alles am nagel und führe das leben was ich eigentlich führen möchte und dann ändern das kann man gar nicht ändern das ist eine verwandlung die dann stattfindet die sind dann meist nicht wieder zu erkennen ist kein ewiger prozess an dem man ewig üben muss sondern das ist eine entscheidung die man da irgendwann mal trifft wenn es die genug gekommen ist und diese diese verwandlung führt natürlich dazu dass man jetzt so anders wie man jetzt ist nicht mehr in die alten muster reinpasst das kann sein dass das nicht mehr in die familie passt in die arbeitswelt wo man unterwegs ist mit den freunden und kollegen kann sein dass man da auch nicht mehr zurecht kommt das schöne beispiel ist das was es immer so in den zeitungen zu lesen gibt erst war erfolgreiche unternehmer dann hat er ein burnout gehabt und anschließend ist er bienenzüchter geworden da kann man sich so ein bisschen ausrechnen wie anders dieser mensch geworden ist und davor haben viele leute dann auch angst weil das bedeutet ja loslassen da muss man sich ja von vielen trennen und das verunsichert und da brauchst du wirklich diese innere stärke und jetzt kommen wir eigentlich dahin dass wir auch verstehen diese innere stärke ist es die dich dann in die lage versetzt dich wieder mit den nennen wir es mal lebendigen anteilen in dir zu verbinden und ich glaube dass es so ist dass wenn kinder relativ lange gelegenheit hatten und unter bedingungen groß geworden sind wo sie nicht allzu sehr versuchen mussten den vorstellungen ihrer eltern und später irgendwelche erziehungspersonen gerecht zu werden wenn die also sehr lange sich selbst frei und unbekümmert und spielerisch ausprobieren durften dann ist das so ein ziemlich festes fundament an innerer kraft weil die haben dann sowas wie ein gefühl dass sie das hinkriegen und dann haben die auch nicht so viel angst dass irgendwie mal was schief geht weil sie aus ihrer bisherigen erfahrung eben gemerkt haben am ende wenn man dann nochmal zurücktritt und das vielleicht auf eine andere weise versucht geht es dann doch irgendwie und neurobiologisch heißt es es geht nicht darum im leben einen weg zu finden den man dann benutzen kann um bis ans lebensende darauf rumzulatschen sondern es geht eigentlich darum eine vielfalt an an lösungen für unterschiedlichste probleme zu finden die alle auch immer wieder neu und etwas anders sind weil sie ja immer zu dieser betreffenden problematik passen müssen mit der man gerade konfrontiert ist und wenn es einem solchen menschen gelingt dass er immer wieder die erfahrung machen darf dass er doch immer wieder in der lage war die auf ihn hereinprasselten probleme auf eine positive art und weise zu lösen dann entwickelt er so etwas wie eine über innere überzeugung dass er jemand ist der was immer jetzt auch kommen mag es auch hinkriegt und das heißt neurobiologisch dafür haben wir gar keine richtigen begriffe also das ist aus meiner sicht ist das das was einen menschen wirklich glücklich macht nämlich nicht der zustand dass ich jetzt gerade mal im glück angekommen bin sondern das wissen dass ich jemand bin der sich selbst immer wieder in situationen bringt wo das glück kommt und wo es einem zufällt und neurobiologisch würde das heißen was wofür wir da kein wort haben kohärenz wiederherstellungskompetenzgefühl das ist ein super begriff ich habe auch absichtlich so langsam weil man es sowieso kaum aussprechen kann was es heißt es gibt immer wieder inkohärenzen also zustände im hirn wo etwas nicht passt dann muss man eine lösung finden es wieder passend zu machen und wenn man sehr viele unterschiedliche situationen erlebt hat wo etwas nicht gepasst hat und man dann immer wieder gemerkt hat dass man auf die eine oder andere weise wieder kohärent gekriegt hat so dass es passt dann entsteht daraus so eine innere überzeugung dass man so einer ist der das kann und diese leute haben keine angst mehr vor irgendwelchen dingen die auf sie zukommen die sagen wenn wieder ein problem da ist herzlich willkommen liebes problem auch an dir werde ich weiter wachsen so und da merkst du das ist ein anderes lebensgefühl als ob man wie das bei den meisten menschen der fall ist dann da steht und mit zitternden knien vor dem problem steht und nicht weiß wie man es bewältigen soll und der hintergrund nur noch dann schnell dazu das kann man natürlich nur lernen wenn man genügend probleme hat probleme in unserer gesellschaft weil hier wird uns ja ständig eingeredet wir müssten es alle schön bequem haben und eltern versuchen dann oft sogar ihren kindern alle probleme aus dem weg zu räumen mit dem ergebnis dass die gar keine chance haben zu lernen wie es geht und wie soll man laufen lernen wenn die steine alle weggeräumt werden kann ich am ende nur auf einer geraden straße laufen und deshalb liebe eltern haut den kindern möglichst viele probleme vor die füße aber bitte nur solche die die lösen können weil genauso schlimm wie die gar keine probleme zu haben ist es probleme zu haben und mit problemen konfrontiert zu werden die man als kind einfach nicht lösen kann zum beispiel die den lebens unmut der eltern die unzufriedenheit diesen ständigen tratsch und dieses diese konflikte die die da miteinander austragen das das ist etwas was jedes kind überfordert und dann gibt es auf und viele kinder fangen dann an sich selbst dafür zu hassen dass sie nicht in der lage sind weil sie mama und papa doch so lieb haben denen zu helfen wird dann zweifeln die an sich selbst ergebnis ist dann am ende irgend so was wie selbstverletzendes verhalten oder eine essstörung oder was auch immer das sein mag es ist jedenfalls furchtbar und deshalb lieber ständig kleine probleme machen und dazu gehört dann eben auch dass man immer wieder auch dieses kleine wunderwörtchen nein verwendet dass man sagt nee das geht hier nicht und das möchte ich jetzt nicht und dann muss das kind sich überlegen wie es das irgendwie anders anfangen kann und schon hat es wieder eine neue problembewältigungsstrategie gelernt so geht's dass mir jetzt einfällt bei dem wort wurde vorhin autobahn gesagt hast im gehirn und dass es darum geht wieder weit zu werden und vielleicht auch die kleineren wege anzunehmen und des weiteren habe ich mitgenommen dass auch ganz wichtig ist sich selber zu spüren also sein körper seine seine gefühle seine empfindungen überhaupt überhaupt spüren zu können wann bin ich lebendig wann bin ich nicht lebendig und eine gute freundin hat mir letzt gesagt ja stellst dir vor wie bei einer wanderung möchtest du da auf der breiten asphaltierten straße laufen oder macht es viel mehr spaß quer durch den wald zu laufen wo man vielleicht mal im unterholz stecken bleibt oder ein weg geht wo man wieder ein stück zurück muss oder über einen stein oder über hinternisse aber mal die möglichkeit hat an den bach zu kommen dem fuchs zu begegnen und viel spannendere dinge erleben kann vielleicht wären am wegesrand finden kann und ja aber da hast du ja schon weg in die in die lebendigkeit oder es wäre auch eine möglichkeit sag ich mal sich selbst ein umfeld zu schaffen wo man sich erproben kann mit kleineren problemen umzugehen und seine lebendigkeit wieder zu entdecken ja prinzipiell ist das vollkommen richtig aber du hast es ja schon ein bisschen gesagt dass diesen diese vorstellung dass es toll sein könnte querfeld einzugehen und dort möglicherweise ganz viel zu entdecken die kann nur jemand haben der schon oft mal querfeld eingegangen ist und was entdeckt hat und derjenige der das nie gemacht hat und immer auf der straße lang gelatscht ist der kann das nicht glauben dass das neben dem weg viel schöner ist und deshalb ist es so schwer jemanden dazu zu überreden etwas zu tun wovon man selbst genau weiß dass es einem hilft also es gibt viele menschen die meditieren und das ist ja auch was was ein innerlich stärkt aber es gibt auch ganz viele den kannst du sonst was für schöne geschichten da erzählen wie gut das meditieren ist die kinder nicht ran die haben keinen bezug dazu die kommen da nicht rein die wollen es im innersten auch nicht glauben nicht dran ist entspricht nicht ihrer erfahrung sie hatten wahrscheinlich nie in ihrem leben mal diese 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 momente erlebt wo sie durch innere ruhe plötzlich wieder in die kraft kommen sind immer umher gehetzt von einem von einer problemlösung zur nächsten oder von einem erfolg zum nächsten und da kann das gut passieren ja es gibt einen königsweg also wir haben ja gesagt das eine wie man dann menschen manchmal beobachten kann dass sie sich grundlegend verändern verwandeln ist der totale zusammenbruch katharsis aus der krise heraus kommt plötzlich ein anderer wieder raus der andere den finde ich schon etwas angenehmer dass ich nenne das immer gerne sternstunde das ist also wenn dir etwas begegnet wo du auf die knie fällst und verrührung weinst weil das einfach dich wieder mit dir selbst verbindet kann baum sagen im wald oder ein film oder du liest ein buch und dann musst du es weg lesen weil du nicht weiter lesen kannst weil dieses was du da gerade gelesen hast zeigt dass du einfach ganz weit weg von dir gelandet bist und dich halt verloren hast in der welt da gibt es auch ein paar die dann sagen die die beschließen in diesem moment dass sie anders unterwegs sein wollen und das dritte was vielleicht das einfachste ist und aber genauso gut funktioniert und wo man auch nicht warten muss bis man endlich zusammenbricht oder bis man meine sternstunde hat das ist man kann das hast du eben ja schon mit anderen worten gesagt man kann auch versuchen ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein also immer wieder gelegenheit zu schaffen wo etwas wo man etwas erlebt was einem gut tut das ist total simpel also da musst du ja nicht die großen sachen gleich anfangen sondern das reicht ja schon wenn du abends beim fernseh gucken dich mal fragst ob dir das jetzt gut tut diesen blöden krimi auch mal anzugucken oder diese bescheuerte diskussionsveranstaltung ausschalten und dann mal gucken was passiert und plötzlich hast du den ganzen abend wieder frei kannst dir überlegen was du mit diesem wunderbar gewonnenen abend eigentlich anfangen kannst machst die erfahrung dass das eigentlich ganz großartig ist dass du wieder gestalter deines eigenen abends zumindest erst mal bist und du verbindest dich auf diese weise mit deinen wahrhaftigen bedürfnissen weil du musst ja damit du liebevoll zu dir selbst sein kannst in dich rein spüren und dich selbst fragen was dir denn eigentlich gut tut oder gut täte und was dir fehlt und dann kriegst du zugang zu dir selbst und spürst dann eben auch schon bevor du sozusagen auf dem totenbett liegst das ist dann noch eine ganze menge dinge im leben gibt die man anders machen könnte es ist ja bezeichnend dass es so untersuchungen gibt wenn leute so am sterben sind das merkt man die noch mal gefragt was würdest du denn anders machen und dann kommt es alles so ich hätte besser auf mich achten sollen ich hätte meine meine liebsten mehr mich mehr um meine liebsten kümmern sollen um meine kinder oder ich hätte auch mehr das machen sollen was ich eigentlich wirklich gerne mache ich hätte mich um was kümmern können außer um mich selbst und so eine sache kriegst du dann alle auf einmal und da sage ich immer da muss man doch nicht warten bis man auf dem totenbett liegt das kann man doch jetzt schon anfangen ja ich denke da ist auch die spannende frage sich auch bei manchen bedürfnissen oder wünschen zu fragen die dahinterliegende frage was will ich eigentlich wirklich oder was brauche ich wirklich noch manchmal ist ja ein gefühl auch nur vordergründig und man sieht das eigentlich auf den ersten blick gar noch nicht sofort das ist richtig und das ist in unserer heutigen gesellschaft auch weit verbreitet wenn du leute fragst du wünschst du doch mal was und was möchtest du denn gern dann hört man sowas wie lotto gewinnen oder kreuzfahrt oder der nächste urlaub oder irgend so was tolles auto schönes haus das sind alles ich nenne das immer gerne ersatz befriedigungs vorstellungen weil hinter der kreuzfahrt da muss man weiter fragen muss man sagen warum kreuzfahrt warum kreuzfahrt und dann sagen die ja weil das könnte ja sein dass ich dort jemand kennen lerne und es könnte auch sein dass es meinen horizont erweitert also da ist das bedürfnis nach entdeck auf heute da deshalb will man mal irgendwie raus und es ist auch das bedürfnis da mit anderen zusammen zu sein und mit anderen gemeinten eine gute zeit zu verbringen zu verbringen also geht es nur um diese zwei grund bedürfnisse und dann heißt die frage ist man muss da wirklich so einen haufen geld ausgeben und eine kreuzfahrt machen kannst du auch mit drei freundinnen im wald mal ein paar tage wandern gehen und dann ist es ja eigentlich vielleicht sogar viel schöner weil die freundin kennst du schon bist sicher dass du dich mit ihnen verstehst und so kann man das dann auch hinterfragen was für andere antworten angeht also das schöne haus warum das schöne haus was steckt denn da dahinter und dann heißt es im jahr dann habe ich es schön bequem und dann habe ich so gut da heißt die frage wie aber guck dir doch mal die leute an die alle in schönen häusern leben sind die wirklich glücklicher als diejenigen die in einer armen kleinen hütte wohnen und miteinander zurechtkommen ist es nicht so dass diejenigen die gerade in den medien so hoch gepriesen werden als die großen vorbilder weil sie sich alles leisten können und weil sie so erfolgreich sind es ist nicht so dass die eigentlich auch dann immer wieder diejenigen sind deren partnerschaften nicht funktionieren wo die kinder nicht gut groß werden wo eigentlich das leben nicht gelingt und wo sie dann am ende wenn dann die große bühne auf der sie ihre vorführungen verbracht haben auf einmal nicht mehr so funktioniert wo sie dann auch noch trokensüchtig oder alkoholabhängig werden das ist doch nicht das was man wirklich wollen kann und deshalb überleg dir das noch mal mit dem haus und auch das mit dem großen auto warum eigentlich und dann müssten die zugeben dass sie auch ein bisschen bewundert werden wollen und und das ist auch mögen wenn das andere so ein bisschen neidisch gucken und dann muss man fragen aber warum brauchst du denn diese anerkennung von den anderen und dann kommt raus in wirklichkeit wünschen sie sich verbundenheit wollen dazugehören aber weil sie das nie gefunden haben haben sie den weg gewählt sich anerkennung zu verschaffen durch reichtümer und das zerschaustellen von besitztümern oder aber auch indem sie einfluss und macht als führungskräfte über andere gewonnen haben glücklich macht das nicht aber es ist eben in unserer gesellschaft sehr verbreitet und es ist nicht etwas was die leute wirklich stark macht die sehen immer stark aus wenn du wirklich wissen willst ob ein mensch stark ist dann kriegst du das am leichtesten raus wenn es um einen konflikt geht den der mit jemand hat weil da jetzt wenn wenn es wirklich einen konflikt gibt also nehmen wir so etwas einfaches wie wie diejenigen die die impfungen oder das masken aufsetzen in dieser corona zeig alle befürwortet haben und diejenigen die das abgelehnt haben so ein konflikt ist ja überhaupt nicht lösbar weil die positionen sind vollkommen auseinander und trotzdem muss man sagen irgendwann werden wir wieder aufeinander zu gehen müssen und dann heißt die frage wer geht denn da wer hat denn die kraft auf den anderen zuzugehen und da heißt die antwort das ist der stärkere und der stärkere ist meistens nicht derjenige der davon überzeugt ist dass er absolut recht hat sondern das ist derjenige der am meisten bei der in sich ruht und es nicht nötig hat sich mit seiner überzeugung über den anderen hinweg zu setzen schön eigentlich das ist auch gut gemacht da gehört aber in der heutigen zeit auch schon mut dazu für manche menschen weiß ich weiß ich auch nicht so genau ob das ob der begriff mut das richtige wort ist wir verwenden das alles sehr gerne und wünschen uns auch immer dass leute mehr mut haben mich hat da einfach mal eine begebenheit vollkommen zum also eher auf eine beeindruckende weise zum nachdenken gebracht hat eine ältere dame erzählt sie hätte auf dem marktplatz wo ich hier wohne zwei junge männer gesehen die hätten sich furchtbar geprükelt und dann sei ein großer anderer mann gekommen und hätte die beide am schlawittchen genommen hat sie beide angebrüllt und gesagt sollen aufhören damit und nach hause gehen und dann wären die beiden nach hause gegangen und dann ist sie zu dem tapferen mann da hingegangen hat gesagt mein herr das war aber jetzt sehr mutig und dann hat er gesagt gnädige fortes war nicht mutig das war selbstverständlich so das war seine innere auffassung der hat nicht aus mut gehandelt sondern weil er weil er die kraft dazu hatte und weil es teil seiner haltung ist nicht zuzugucken sondern reinzugehen und dafür zu sorgen dass solche sachen auf eine andere weise gelöst werden so das ist haltung und wenn wir dann jetzt noch ein bisschen weiter darüber nachdenken dann hatten wir machen es mal ganz einfach es gibt ja viele kinder und es gibt auch situationen in deinem leben wo man noch sich erinnert da ist man auf den 10er sprungturm im schwimmbad geklettert und wollte darunter springen und dann hat man diese weichen knie und dann sagen wir da braucht man viel mut und jetzt frage ich dich sag mal wenn du damals nicht deshalb hättest herunter springen wollen weil du anerkennung finden wolltest bei deinen gleichaltrigen die da unten alles sitzen und auch ein bisschen bewundert werden wolltest sondern wenn du wirklich nichts weiter wolltest da oben auf dem sprungbrett oder auf diesem turm als mal selbst zu erleben wie das ist wenn man zehn meter nach unten fliegt dann heißt es derjenige der das wirklich selber will der diese erfahrung machen will der braucht keinen mutter springt und deshalb ist das was die was du was die jungen was die was menschen machen nur um anderen zu gefallen oder weil sie meinen es sei notwendig oder wollen anerkennung finden dafür das hat mit mut eigentlich nichts zu tun das ist eine zwangshandlung die die ausführung um anerkennung zu finden und das schlimme dabei ist jetzt kann man richtig noch weitergehen kann sagen was ist denn das für eine gesellschaft in der menschen dafür belohnt werden dass sie etwas tun also mit mit honorierung und anerkennung belohnt werden dafür dass sie etwas tun was sie normalerweise gar nicht von sich aus tun würden das ist ja verführung man verführt denen etwas zu machen und dann wird es interessant weil in der in der soldatensprache und im krieg heißt das ja nicht mut das heißt tapferkeit und dann kriegt man auch eine tapferkeitsmedaille dafür ist vorhin noch ein anderer begriff gekommen zum thema mut wurde gemeint hast vielleicht ist mut gar nicht der richtige begriff und ich meine ich hätte früher auch mal gelesen in alteren texten dass man da er auch gesprochen hat von sich im herz fassen und sich im herz fassen ist ja das ist ja dann eher aus diesem innen heraus folgen und das ist dann eher diese diese verständlichkeit wo du bei dem beispiel angesprochen hast das bekenntnis zu dir selbst das hat der mann gemacht auf der straße das war sein innerstes so hat das gemacht und der junge der da vom 10er runter springt das war das was er wollte das war hat seinem herzenswunsch entsprochen und da ist er runter gesprungen fertig brauche kein mut in deinem leben ich hatte nie den ehrgeiz darunter zu springen und wollte auch nicht wissen wie das ist mir haben fünf meter gereicht und dann dachte ich okay das wird jetzt auch nicht mehr viel besser wenn ich das auf zehn meter erhöhe und im übertragenen sinne ich ja ich habe danach gedacht also ich habe ja ich bin ja aus dieser damaligen ddr abgehauen und da habe ich mir so einen ausreisestempel gefälscht und das hätte ja auch alles schief gehen können und dann wäre ich drei jahre in den knast gegangen haben sie ja auch in abwesenheit wurde ich da ja auch verurteilt zu drei jahren gefängnis ja es hat geklappt und wenn ich mich heute frage habe ich das aus mut gemacht nee ich habe es gemacht weil ich dort nicht mehr ausgehalten habe ich wollte da weg das wäre mir egal gewesen wenn sie mich erwischt hätten wäre auch egal gewesen ich hätte mich selbst im spiegel nicht mehr angucken können wenn ich das weiter mitgemacht hätte was ich im innersten gegen meine inneren überzeugungen dort hätte tun müssen so und da braucht man keinen mut dann geht man und macht das dann aber auch besonnen und so gut wie möglich aber wenn du so so handlungen vollziehst nur damit du die anerkennung anderer findest das sind meistens sehr blöde handlungen also die da überlegt man nicht richtig das mit dem krieg also da erschießen leute andere und kriegen dafür die tapferkeitsmedaille also die sie werden belohnt für etwas was sie freiwillig aus sich selbst heraus niemals machen würden da wird sozusagen diese diese anerkennung indem man sagt das ist aber jetzt mutig und das ist aber jetzt tapfer wird benutzt um die zu etwas zu bringen etwas zu tun was eigentlich gar nicht aus ihnen heraus also was nicht mit ihrem herzen übereinstimmt aber da ist auch wieder das artes herz also sprich zu schauen was sagt mein herz eigentlich also dem in die verbindung zu gehen mit dem eigenen herzen und es wahrzunehmen und das andere was du vorhin gesagt hat sich zu fragen oder auch zu schauen wirklich kann ich mir selber in spiegel schauen als zwei wegmarker zu schauen bin ich auf dem bin ich noch auf dem weg der spiegel ist eine gute hilfe ab und zu mal da rein zu gucken und sich zu fragen ob man da überhaupt noch so unterwegs ist wie man unterwegs sein wollte gibt aber auch viele menschen die haben sich noch nie gefragt wie sie unterwegs sein wollten die sehen auch nichts wenn sie den spiegel sehen und und zu dem herzen lass uns dann noch mal einen augenblick bleiben weil ich da ja als neurobiologe auch noch was sagen muss dass das das herz ist und ist das organ was am empfindlichsten auf störungen der balance zwischen sympathikus und parasympathikus reagiert es gibt kein anderes organ wo wir eine störung der balance zwischen sympathikus und parasympathikus so deutlich spüren am herzen wie am weil die herzfrequenz dadurch gesteuert wird durch diese balance zwischen diesen beiden großen systemen und und immer dann wenn du im hirn eine inkohärenz hast weil da irgendwas nicht passt dann kommt es auch zu einer verschiebung der balance zwischen sympathikus und parasympathikus und dann schlägt sich das sozusagen als gefühl im herzen spürst du das aber das kommt nicht aus dem herzen es kommt aus der imbalance die du da oben hast und was dann auch die kardiologen also diese herz spezialisten rausgefunden haben ist dass das herz offenbar ganz besonders empfindlich reagiert auf solche im balance zwischen sympathikus und parasympathikus die durch beziehungsstörungen ausgelöst werden und das ist unglaublich interessant weil das ist das was der volksmund schon immer weiß das geht mir aufs herz oder du brichst mir das herz so und deshalb haben die kardiologen dann weil leuten die allzu oft mit problemen am herzen da herum rennen dann schon seit längerem immer mal wieder versucht diese leute in eine psychotherapie zu bringen wo die ihre beziehungsprobleme aufräumen bevor das nächste stent und die nächste herz operation da ansteht das ist ja ein schöner ausdruck dass man so sagt das kommt aus dem herzen aber aber der neurobiologe in mir ruft ja wir spüren es mit dem herzen aber es kommt aus dem hirn und das ist das ergebnis einer gestörten balance und einer inkohärenz die sich da oben aufgetan hat weil es ein problem gab was wir nicht gut lösen können naja es ist ja in uns auch alles miteinander verbunden also im körper von daher drücken sich ja unterschiedliche dinge auch durchaus an unterschiedlichen stellen aus aber das ist eine spannende verbindung weil man hirn und herz sich ja oft ganz schwer tut die zusammenzubringen oft heißt ja so verstand oder herz und ja das ist aber vielleicht auch noch für andere also ich weiß zum beispiel dass das ist so bestimmte gefühlszustände kommt man kommt ja in gefühlszustände wie zum beispiel die wut weil ein lebendiges bedürfnis nicht gestillt wird also gut kriegt man dann wenn man daran gehindert wird das zu tun was man für richtig hält und was man tun möchte wenn du mir mein spielzeug weg nimmst werde ich wütend und haut dir eine auf die birne so und und deshalb ist wozu ein signal was uns sagt hey hier ist mein bedürfnis nach eigenen gestaltungsmöglichkeiten verletzt worden und und dass dieses gefühl dann kommt dient eigentlich nur dem zweck dass du dieses bedürfnis wieder begreifst und es dir bewusst wird und du es dann auf irgendeine art und weise dann auch stillen kannst also eigentlich ist das die wut die du hast die hilfestellung damit du an dieses bedürfnis herankommst und und da ist es offenbar so dass diese unterschiedlichen gefühle die durch die verletzten bedürfnisse dann immer wach werden auch auf unterschiedliche körperliche ebenen gehen und dort bestimmte veränderungen auslösen und offenbar hat das mit der gut irgendwas mit der galle zu tun und deshalb kriegen es manche leute dann also auch besonders leicht sozusagen so gallen blasen entzündungen und gallen steine weil die sich über so vieles ärgern das ist was anderes als das mit dem herzen das schlägt sich dann woanders nieder jeder hat irgendwo so eine schwache stelle im körper wo es dann rein haut und deshalb ist es nur umso spannender wenn man sagt ja wenn es uns gelänge uns gegenseitig zu stärken dann würden wir auch besser uns gegenseitig helfen können die wirklichen grundbedürfnisse die wir haben das nach verbundenheit und das nach eigenen gestaltungsmöglichkeiten zu stillen und dann würden wir diese ganzen blödsinnigen gefühle eifersucht ist ja auch so ein blödes zeug das müssten wir nicht haben und es wir würden auch verstehen dass es keinen sinn macht gegen die wut oder gegen die eifersucht anzukämpfen oder auch die auszuleben und das ist alles für psychotherapeutische ansätze gab nee das ist erstmal gut dass es da ist muss es annehmen und da muss man sich aber fragen okay was willst du mir denn sagen liebe wut und dann kriegst du eine botschaft und dann kannst du was tun und musst nicht deine wut aus agieren und da irgendwie in irgendwelchen kursen auf irgendwelchen holzklötzen herumhauen ja bei signale wahrnehmen lassen wir auch wieder bei sich selbst wahrnehmen und spüren ja das auch auch hier wieder kann man das kurz durchgehen es sind vor allen dingen männer die sich nicht mehr so gut spüren körperlich das hat damit was zu tun dass männer sehr stark außen orientiert sind das müssen wir jetzt nicht bis zum letzten teil durchgehen aber vielleicht reicht es wenn wir sagen dass frauen prinzipiell immer wissen dass sie bedeutsam sind und bleiben weil von ihnen etwas übrig bleibt weil frauen kinder gewähren können männer können das nicht und männer sind dadurch immer sehr leicht verführbar bedeutung sich zu verschaffen sind wir im patriarchat und all diesem zeug was die männer da alles so angestellt haben aber das wiederum hat auch zur folge dass sie sehr stark außen orientiert sind und dass sie dann versuchen auch im außen immer erfolgreich zu sein und alles so zu machen dass sie da in der karriere leider ansteigend aufsteigen oder dass sie bei den frauen besonders als attraktiv gelten oder was auch immer das so sein mag und das verleitet männer noch mehr als frauen dazu die aus ihrem eigenen körper kommenden signale zu unterdrücken die das ruft da zwar von ihnen schon aus dem rücken die ganze zeit hört doch jetzt mal auf und macht was anderes oder bewegt dich mal ein bisschen und entspann dich aber der mann hat dann das gefühl er müsse diese aufgabe jetzt noch zu ende bringen und deshalb hörte dann nicht drauf und er drückt das mit dem ergebnis dass der arme rücken der die ganze zeit gerufen hat sozusagen von dem mann alleine gelassen wird dann muss sich der rücken selber helfen und was machte er er baut diese bänder und diese faszien noch stärker so aus dass das also irgendwie in dieser gebückten haltung vom monitor auch über stunden hinweg auszuhalten ist hauptsache der chef oben schafft jetzt seine deadline die er sich vorgenommen hat und irgendwann ist der rücken dann so verbogen das gar nicht mehr richtig aufrichten kannst dann reißen die beim aufrichten kleineren gefäße da hinten durch weil das alles so verspannt ist es gibt einblutungen narben bildung und und gewebe neubildung und dann hast du plötzlich ein rücken da gehst du dann nach drei jahren zum arzt der macht dir ein röntgen bild und dann siehst du richtig wie kaputt der rücken ist so und dann heißt es der hat sich abgenutzt wegen zu großer belastung der hat sich aber nicht abgenutzt wegen zu großer belastung sondern der ist so geworden weil du ihm nicht zugehört hast weil du nicht mehr gehört hast was er dir sagen heute und da ahnt man so ein bisschen wenn man das jetzt noch auf andere körperbereiche überträgt dass da vieles im argen liegt und immer ja dass es eben viele menschen gibt die es fertig bringen die aus ihrem eigenen überkommenssignale nicht mehr wahrzunehmen und das würde wieder anders werden wenn die jetzt eingeladen ermutigt und inspiriert würden etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen weil dann würden sie wieder auf sich hören würde man sich auch mal fragen ob mir das jetzt überhaupt gut tut wenn ich jetzt was esse und ob ich diesen kram da esse der da beim bäcker da in der auslage angeboten wird dann mache ich das eben nicht und suche mir plätze wo es mir gefällt leute mit denen ich gerne esse dinge die ich gerne esse die mir schmecken und es auch nicht mehr zu zeiten die mir nicht gut tun plötzlich kann ich fast mein ganzes leben verändern und das macht spaß und das vorteilhafte an daran ist dass das ja von der betreffenden person als positiv bewertet wird es ist ja attraktiv sie hat plötzlich das gefühl dass sie wieder selbst das sozusagen ihr eigenes leben gestaltet und sowas macht der mensch gern wenn es zu einem positiven ergebnis führt aber wenn er muss weil er gesagt kriegt dass er sonst dick davon wird oder krank wenn er das falsche ist oder wenn er nicht mit dem fahrrad fährt sondern mit dem auto dass er dann die umwelt schädigt das ist alles die falsche strategie so jemand der dann nur fahrrad fährt weil er ein ordentlicher mensch sein will der sich politisch grund und moralisch oder was weiß ich wie korrekt verhält der freut sich insgeheim wenn es regnet dass er endlich jetzt heute nicht mehr mit dem fahrrad fahren muss währenddessen der der aus ihrer überzeugung fahrrad fährt weil es will dem ist das egal ob es regnet oder nicht der wird nicht mit dem auto fahren und das siehst du das verhalten sieht gleich aus und ist von völlig unterschiedlichen motiven getragen und das muss man auch lernen dass man das unterscheidet und dass man das erkennt und das kann man aber nur erkennen indem man sich das genau anschaut und dann auch mit den leuten redet nicht vorwurfsvoll sondern fragend herauszufinden versucht was die überhaupt dazu bewegt etwas so zu machen wie sie es machen im positiven wie im negativen ja ich denke die richtigen fragen zu stellen kann viel weiterhelfen entweder das mal das glück hat jemanden trifft der einem selbst die fragen stellt oder man selbst jemandem das geschenk macht die fragen stellt oder schon die fähigkeit hat sich selbst die richtigen fragen zu stellen die einem weiterhelfen ja das hängt damit zusammen dass du als jemand der eine frage beantwortet immer subjekt bist dann dann bist du du bist der einzige der das jetzt beantworten kann und das kommt aus dir und das ist authentisch und das bist du währenddessen wenn du belehrt wirst von anderen und die sagen dir was jetzt richtig und falsch ist dann bist du ja eigentlich das objekt von deren belehrung und das tut keinem gut damit fühlt sich auch eigentlich keiner wohl es sei denn er hat sich schon so sehr daran gewöhnt dass er das normal findet aber eigentlich ist dieser frage modus der modus in dem man sich in seiner eigenen subjektaftigkeit erlebt und es gibt auch kulturen aber die jüdische kultur weil da wissen dass viele aus dem bildungsbürgertum und die versuchen ihren kindern möglichst keine frage zu beantworten sondern wenn sie eine frage beantworten die immer so zu beantworten dass die nächste frage kommt das heißt sie versuchen das kind immer in diesem frage modus zu halten indem es sich selbst fragend das wissen erschließt eine hohe kunst das würde ich so als pädagogische spitzenleistung bezeichnen und dann sieht man dass das weit weg ist von dem was wir machen selbst wenn wir uns als gute eltern wenn wir uns einreden gute eltern zu sein sind wir doch immer sehr geneigt dem kind alles zu erklären und da würde das in dem kontext heißen in dem augenblick wo der kleine junge erklärt wird erklärt bekommt wie das mit den maikäfern ist und dass die so ein vier jahres zyklus haben und das engerling gibt und dass die nur diesen einen sommer rauskommen und sich verpaaren und wieder eier legen wenn das alles jetzt dem jungen erklärt wird hindert man ihn daran es selbst rauszufinden eigentlich gemein und da muss man dann dreimal schlucken weil wer wer von uns eltern versucht das nicht ihnen alles zu erklären aber das ist so wie steine aus dem weg und dann find es raus da gibt es tolle bücher da gibt es videos oder sonstwas was sie dir angucken kann versuche es selber rauszukriegen was das mit den maikäfern auf sich hat und warum die immer nur alle vier jahre auftauchen so das ist dann sucht das kind es hat eine frage aber es kriegt darauf keine richtige antwort sondern die frage beantwortet werden könnte und wie es frage selbst beantworten kann das ist aber auch für erwachsene allein schon eine kunst mit einer frage zu gehen und nicht sofort eine antwort zu haben das will ja auch erst mal gelernt sein und ausgehalten zu sein für eine frage die man hat nicht sofort die antwort präsentiert zu bekommen sondern vielleicht eine weile mit einer frage zu gehen und die antwort zu erforschen zu entdecken und zu merken dass sich neue fragen auftun ja aber dann bist du der gestalter dieses erkenntnisprozesses fragen wenn du alles erzählt kriegst und alles in büchern nachlesen kannst oder in lehrvideos dann gibt es keine fragen mehr dann ist nur noch eine frage wie rasch du diese verschiedenen ratschläge findest und der durch liest und dann ist es ja auch keine richtige erkenntnis zu der du gelangt bist weil du hast ja nur abgelesen also es ist eigentlich nur wissen was du dir irgendwoher besorgt hast und da ist das phänomen dass man sowas auch schnell wieder aus dem hirn verliert also ein junge der erzählt bekommt wie das mit dem maikäfern ist wird das schnell wieder vergessen aber einer der selbst drei tage rumgesucht hat bis endlich alles soweit zusammen hatte dass er dem papa erklären konnte wie das warum die maikäfer immer nur alle vier jahre kommen der vergisst das ganze leben noch nicht wieder das sitzt dann das kind ist der konstrukteur seines eigenen lernprozesses und kein fass was man abfüllen muss ja und erwachsene genauso von daher habe ich das gefühl ist das fast ein guter schluss zu sagen ihr lieben menschen begebt euch auch selbst auf die suche mit der frage wie kommt ihr wieder in eure kraft nimmt nicht einfach nur fertige sachen an nimmt als impulse auf aber macht euch auch selber auf den weg diese frage für euch persönlich zu ergründen was bedeutet es für einen wie fühlt sich für einen selbst an ja und das ist eben deshalb habe ich auch immer wieder den verweis auf die kinder gebracht da liegt alles noch so offen zu tage also das sieht man ist so schön bei den erwachsenen ist es dann schon sehr verweggelt und und wenn man sich das mal so anschaut dann sieht man ja dass die kinder ganz am anfang bevor wir sie erzogen haben und sie zu objekten und so vorstellen gemacht haben da haben die ja noch ihre ganze entdeckerfreude und geschleitungslos da erkunden die spielerisch die ganze welt und sind die konstrukteure ihres eigenen lernprozesses und deshalb sind die auch so lebendig so offen und so vorurteilsfrei und deshalb ist es das größte glück was man als erwachsener eigentlich haben kann um auch in die eigene stärke zu kommen wenn man kinder begleiten kann die einem noch mal daran erinnern und einem helfen in seine eigene kraft zu kommen also mit anderen worten seine verlorengegangene lebendigkeit seine verlorengegangene entdeckerfreude und gestaltungslos seine verlorengegangene sinnlichkeit und körperlichkeit anhand dieses kindes das man einfach nur beobachtet dass und dass das alles noch hat wiederzufinden wahnsinn kinder als entwicklungshelfer für erwachsen das finde ich gute idee lieber gerald ich danke dir ganz ganz herzlich für dieses wunderschöne gespräch ja hat mir auch spaß gemacht und finde schön dass wir da miteinander ein etwas austauschen können und wenn es noch einigen anderen gefällt die das dann vielleicht sehen und hören umso besser ja ich glaube wir müssen versuchen miteinander über diese wichtigen themen ins gespräch zu kommen damit dass damit sich das ausbreitet und es auch in bei immer mehr menschen ankommt also alles gute vielen dank schönen tag die auch alles gute herzlichen dank tschüss tschüss